Ist hier ein Ritter? Ist da irgendwas? Nee, weiß nichts. Ah doch, da ist dieses Loch. Loch? Ich muss auf jeden Fall hier oder ko... Ich geh greasy Jungs, dann können wir uns alle irgendwie treffen. Nee, ich glaub das ist keine gute Idee. Ich dachte wir gehen nicht, weil Oraniku hat jetzt eh wieder bessere Laune, weil der gegessen hat. Gegessen hab ich noch nicht. Na? Meine Nudeln sind nur vor mir am Kochen. Also ich geh greasy. Ich geh auf blau. Wir können danach immer noch auf diese ganzen Punkte gehen. Ich geh rocky, alter. Lukas, komm wir geben unser Bestes. Aber ich glaub wir werden hier sterben. Hier ist full. Lukas, geh du auf deine Markise. Ich komm gleich zu dir. Ich versuch zu überleben. Ist ja egal, wenn man so oft gestorben ist wie ich. Aber das du Essen vor dir hast, macht dich auf jeden Fall sicherer als vorher, ne? Ja. Hat sich jetzt nicht so überzeugend angehört, aber ich lass mal so hin. Ich, ich, ich nehm das, ich nehm den Weg aus. Ich, ich geh hin hin. Nein. Nein, Nico, das war nicht von Ding. Das war nicht von Warzone. Ja, das war Dingens. Äh, diese Army of Toost. Mitiger Ja, genau. So, noch lebt ja jeder, ne? Wenn du dann in dem Schicksal, das schon so alles vorlegst, Alter, dann wird es gleich nicht so schwer. das problem ist ich habe ich habe zwar eine gute pump aber das ist diese one startpunkt online und dann nur noch diese komische außerirdische mp also nicht mp lukas geht sie gut schon ich will aber am besten nicht darüber reden was gerade passiert ist mir ignoriert war das feuer was hier ist okay also es ist kein kein gegner aber weitere informationen gebe ich dir jetzt gleich einfach mal nicht mehr dazu ok lukas hau hier ab hier ist voll hau hier ab ok ich sag einfach was passiert ich habe beim abbauen aus versehen im benzikanister kaputt gemacht dann ist er hochgegangen hatte ich nur eine hp und dann hat mich das feuer gekillt und dann mich gestoppt lukas ich umkreis hier mit dem musst du noch reden habe ich gerade ja deswegen bin ich schon mal hier ist voll hier ist echt wollen sie nach wie soll ich lass mal nach korn gut direkt jungs wir treffen uns in kondo ja das e-zone auch wo ist kondo ach da unten kondokanions kondokanions hey lukas hat Karre ich komme diese props die nicht kaputt gehen sehr ruhig dass ich gar keinen Fall mit diesem Kuhfänger äh ich Musik gewinnt so die Zeit war noch schön wo du einfach mit dem Auto richtig straight übers Wasser fahren konntest und das ist ja leider jetzt gepatcht das ist gut aber wahr das war echt ok das war so sinnlos aber das war so dieses jäger heiße wasser scheiße das geht mit dem Booten alter wir haben Boote reingefänglich ok ich war damit über lunch ey warte 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 lukas komm ah nee du bist voll warte kiddie kiddie bang kiddie kiddie bang das ist doch das Lied was die auch im trailer benutzt haben ne oh das kann doch sein ich brauche ein Sturmewehr ich habe kein ist der Kollege das heißt nikimi nick mich am Arsch ist das nikimi in Arsch gewesen ich denke schon so so ich will diese diese harten Ami allher nicht alle so an ja deswegen ja es ist schwer zu sagen das ist nicht im Arsch gewesen und nicht äh Pussy Slate Boah das ist bestimmt ein gutes Video ey warte lukas da ist eine Waffe ah hier ist er in jedem Fall kiddie kiddie bang kiddie kiddie bang das hinkt ihr auf jeden Fall ich weiß ich ob die lülks lülks stimmen schnackt ihr warte mal ich muss im Konto auch irgendwas machen ja zu spät mein bester zerstöre glühwürmchen geschützt die fernzündladen ah c4 fuck ich glaube diese aufgaben hast du richtig falsch gesehen ich hab nie Lust zu lesen wirklich schnackt zerstöre glühwürmchen glühwürmchen hau habt ihr da zivil gefunden ja hier nö sehr gut was soll ich damit kaputt machen jetzt diese granaten geschützt geschützt um glühwürmchen wo gibt's die glühwürmchen hier ist auch noch ein das wollen wir gar nicht mehr wir sind hier am straßenrand kann ich jetzt mit minikam komm warte ich brauche sofort gegenstände sehr ja mann oh ja gibts mir oh ja oh ja ich geh mal ganz kurz hier geräteverbindung etablieren macht das die ist ein Unverrotfisch was er ja den braucht hast du mit der Mico ich hab die mit ja gehst ein Panzer wenn ihr haben wollt das ist nicht die Maschinengunne wo ist gibt's hier auch diese Maschinenpässe die ich brauche oh weitschen hab ich nicht drauf geachtet ich auch nicht Izmir mach dich mal voll hier schab 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 ey warte wo ist diese ich muss kaputt machen hier komm mit komm und ich überfahren so jungs falls ich sterbe dann ist das meine aber wohl ne komm ich geh um wieder zurück eigentlich müssen die genau hier stehen also hinter diesem Pfeil ah hier ist eins oder meinst du das hier ist das eins ja da ist das da ist es ja 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 so muss ich dazu noch irgendwas sagen musste ich dazu noch irgendwas sagen musste ich wirklich nein wusste ich noch irgendwas dazu sagen alter oh mein gott der Izmir hat rückwärtsgang eingesetzt dann ist das Ding kaputt gegangen das ist doch nicht das einzige das da rumsteht oder naja jetzt schon ey Digga ich will einfach nur zurückfahren alter ja hier ist noch ein Sneaker mach mal ein tu mal nochmal komm mal hier das soll ich dann ich soll dann go alter das soll ich verschoben die Sneaker dann auch das ist doch gerade echt geil ich bin er so und hängst ich dachte er hat das schon kaputt gemacht ich drehte so ey hier ist ein Gegner ach ich hab den Bot angeschossen warte wo ist denn hier eins da hinten hab ich markiert andere Straßenseite haben wir eigentlich noch so ein Kippfeld Scheiß hey hier oben hast du doch markiert IQ IQ hier ist auch mein Markierer ist da hinten da hinten da hinten hier und hier ist sogar überall noch C4 wenn du was da oben hab ich nicht markiert da oben hab ich nicht markiert und dann sagst du im Moment der Markierung war ganz woanders ja diesmal hab ich nicht auf deine Markierung geachtet ja du warst mit dem Auto aber hier oben als du gesagt hast hier bei mir wo ich war und wo ich nicht das spielt ja keine Rolle alter das spielt keine Rolle alter die Markierung ist da die Markierung ist da ha 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 ich mach mal so viel Schaden ey bäscher Schäfer bitte kurz ein alter und was ein Vibe halt ups warte bleibt mal drinnen Bruder Jungs und Mädels mein Chat bricht immer wieder ab also nicht wundern wenn ich das nicht mitkriege was hier so achpeilt 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 wo bist du mir bist du erst alter nicht wegfahren ne ich mach den Immort wo ist dieser scheiß Immort wo ist dieser scheiß Immort kaput nafis de la merde de la campune du Hund das ist der Immort alter was sei scheißen ja ah hier ich komm nicht mit jeder Person nach hier ne was besonderes halt da ja ich wollte das nur sagen du bist auf jeden Fall die zwölfte Person bis jetzt die bitte ja da muss ich mich auch wie wir hier vom Acker machen und zwar so ah ey ey ist das kein Tropfen wegen da vom Acker doch eigentlich schon ich hab mein Chat wieder verloren kein Sinn ach ne das ist der ah warte warte also wo ist diese vorwärts ja genau oh was für ein Action-Film-Koll ich sehe kannst du mal wieder in mein Discord in mein Chat achso natürlich funktioniert wieder nicht ich mach mal mein Handy aus ähm hier der Gigantisch hat geschrieben Hello und dann ganz viele Spongebob Emotes wer? dann wollte ich heute raiden gigantisch gigantisch was geht alter dann schreibt der ich heute raiden aber es ging irgendwie nicht brah äh und dann hat er es nochmal geschrieben weil er weil du auch nur in den Shop reagiert hast gigantisch sorry ich hab äh ich habe das Problem dass mein Handy irgendwie Internet verliert wallah ich weiß nicht warum es ist jetzt wieder da so ich bin da 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 ah hier ist die äh du brauchst nicht gut ah die brauche ich die brauche ich die ist leider nur grau aber auf uns wird geschossen ist hier ein Kipp der Sattel da ist P ich hab getroffen weil ich bin krass ja kann mir jemand die äh äh brauchst die nicht wir haben einen down der Mupin hat wieder Trink mal was eingelöst ich muss mal kurz Lukas retten und dazu geschrieben zip Siehst du, Lukas? So geht das. Siehst du das? Mit Ehrenaktion. Ja, äh. Hey, Payne, ich brauche Hilfe, Digga. Ja. Ey, du hast mich einfach zurückgelassen. Ich kann was nicht glauben. Oh mein Gott. Oh nein, Alter. Ey, ich komme noch nicht bis jetzt da. Einer down. Ist einfach ein Bot, Digga. So hat der Bot hier. Keine Meinung. Das ist full team. Nein, ich meine, hier ist noch ein Bot, der einfach hier steht. Ach so, ja. Die haben ihn aber rekrutiert, wa? Haben die ihn rekrutiert? Ich glaube schon. Was ist denn der Ergebnis? Ah, deswegen habe ich fünfst. Ja, ja, ich bin der Einzige, der hat einen 30er-Hit damit gemacht. Hör zu, du Bot. Digga, hier sind zwei Bots sogar. Was ist das für ein, für ein OP? Ich weiß gar nicht, was, ey, die haben hier die ganze Mannschaft rekrutiert. Rekrutierungs, rekrutierungs, rekrutierungs. Challenge, Alter. Da sind die ganze Lobby, bitte. Ey, hier sind... Wo sind die noch? Ah, Nico. Ja, ich habe zu weit besucht. Da ist noch einer. Wo ist denn, Jungs? Wo ist denn auch noch einer? Rechts von dem, Nico. Den da? Ja. Der ist aber down. Der ist aber down. Damn. Ey, wo jumpst du denn die ganze Zeit hin, Digga? Hier ist einer, der ist low. Boah, schön, Nico. Schöner Peach, Alter. So will ich das sehen. Nico, du musst auf jeden Fall noch was trinken, ne? Nicht vergessen. Das muss man auf jeden Fall feiern, Alter. Das war geil, ja. Nico, trink jetzt was. Während du schreit. Ich karte ein bisschen. Ada. Moopin, der ist für dich. Ihr könnt mich hier noch heilen, Jungs. Oder in Johnny-Ness in der Zone. Und gigantisch, falls du noch da sein solltest. So wie das mit meinem Handy gerade ist. Ich habe auch gar keinen Chat. Der Izmiros sagt gerade, hier sind ganz viele Sachen passiert. Aber mein Chat ist leer. Hier ist eine Kippwelt in lila. Was ist eine geile... Geil, das ist... Digga, diese Pöljes in Rock, die... Äh, in Fortnite ist schon geil, ne? Die ist wild. Die gibt es auch auf Spotify. Ach, ehrlich? Jaja. Boah, weil ich voll auf... Ich bin so, boah, die sind so... Die sind so... Du kannst eingeben, Radio Yonder oder sowas. Dann kommt das. Nice. Du kannst aber auch besser den Radio Sends. Nee, nee, nee. Nee, nee. Wie heißt der Sender, Izmir? Ich guck mal, ob es den gibt. Warte, warte. Einsteigen. Äh, Radio Underground. Ah, Radio Underground. Beatbox ist aber auch geil. Ja, Beatbox. Beatbox ist auch woanders. Ja, den gibt es auf jeden Fall auch. Ich bin ein bisschen schuldig wieder, Alter. GG. GG Masters. Ich habe aber leider nichts von Ding dabei, von deinem Loot. Seid ihr am Rebooten? Nee, das ist kein Problem. Aber theoretisch hier haben wir noch ein Ding. Ja, ne? Weißt du was? Ja, ne? Ja, ja. Ja, sauber. Lokal siehst. Wir können hier ein Ding nehmen. Weißt du was? So ein Ding? Ja. Nein, hier. Höh! Hm, Loot Drop. Na, vergiss mir den Schiff. Jungs, brauche ich auf jeden Fall Muni. Manche geben, Muni. Ich kann sturm, kann ich nicht hier jemanden. Nico, hast du deinen Coal eigentlich 100 Meter weit geworfen? Ich habe hier keinen Coal gefunden bisher. Ja, hier. Ich kann hier ein bisschen Muni geben und ein bisschen Mats. Ja, beides wäre echt. Ja, kann ich hier geben. Achso, dass du das Lukas siehst. Das ist nicht Ims hier. 77 Meter! Äh, ja. Nichts aneinander. Wir haben uns runtergeschossen. Von der Richtung irgendwo. Boah, full Ehren, Muni. Danke. Kein Problem, kein Problem. Fasschen, was mitgeschossen. Von da, Jungs. Warte, warte, von da. Markiert. Oben auf dem Berg. Sniper. Da ungefähr ist einer. Zwei Leute gesehen. Aber wir können schon easy heilen. Hm, ja. Machen wir diese Doa-Lektchen? Ja, ja. Es geht schneller, dann. Dann können wir zu dritt den Lukasius holen. Lukas, komm zurück, komm zurück. Boah, Lukas. Lukas, ich wollte unbedingt gesnipet werden. Hier, Jungs. So, ich hab noch eine. Boah, ich will diese Null, ne? Die will nicht so lutschen. So, ich hab noch Ding. Ich hab noch Biggies. Hier, nimm mal. Ich hab, glaub ich, die Challenge nicht geschafft. Ich hab, ich bin full live. Der Bisschen war aber nicht, Alter. Ja, du sagst, Jungs. Ja, das war so eine an alle. Ja, mäßig. Jemand, der braucht, der meldet sich. Genau. Und nicht jemand, der nicht braucht, meldet sich. Schließe Kopf, Geld mal ein Stein, ne? Brau mir, close. Ich hab nicht gedacht, dass es der Letzte ist, Alter. Ich hab Lukas gerät ein TikTok-Video an der Zone. Ich würd dann sagen, sollen wir rüber zu Rocket, jetzt wo wir den geilsten Sieg ever haben? Ja, auf jeden Fall, Alter. Ey, ehrlich, nach einem Win? Das ist einfach ein richtig Überraschungspartysieg geworden. Keiner hat realisiert, was passiert ist. Ein Win ist immer gut. Ah, wir sind ja jetzt nicht im Chat, ne? Weil ihr Amateure kein Ding mehr ist. Ich kann im Discord kommen. Lukas, thank you very much für den Sieg, ne? Du hast uns dazu verholfen, Junge. Und ich hätte mir das gar nicht geschafft. Lukas hat GG's ins Ding geschrieben. Ja.